Hallo und willkommen zur ersten Folge Minecraft Pixel Painters. Wir malen hier ein bisschen für euch rum und gucken mal was dabei rauskommt. Wir sollen eine Blase malen. Das ist das erste was einem einfällt. Immer das beste. Und guck mal wie es sich macht. Ich bin nicht der beste Künstler, das gebe ich zu. Ihr könnt euch sicherlich denken worauf ich hinaus will. Bei was anderem wäre ich sicherlich besser langgekommen. Ich bin nicht der beste Künstler. Es ist so hässlich. Ich würde es am liebsten wieder löschen. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich weiß gar nicht mehr ob er so aussieht. Aber egal, ich versuche ihn doch so blöd. Er dritte genere hat er ja hier doch so. Ich meine bestimmt ganz falsch. Oh, eine Minute noch. Es sieht jetzt gleich nicht aus. Daran machen wir die Zähne noch weiß, damit das passt. Und ich nehme die Zähne noch. Ich mache das nue. Ich mache das- Ich mache das- Deine Uhr- Ich mache das- Ich mache das- Ich mache das- Ich mache das- nein und das kriegt nur drei sterne das da unten ist ja wohl ein bisschen leblos wenn denn das da unten? das ist nur ein kleiner fisch den mag ich der fisch sieht irgendwie so aus wie ein loch hey da hat mir einer meine idee geklaut das da von allen ist das sicherlich das schickste das hallo bojo ach kommt das ist alles nur blau der hat sich wenig Mühe gegeben ich nehme den sponge bob weil er die gleiche idee hat auch wenn er nicht gewinnt das weil es nicht nur blau ist obwohl es ist beides blau aber hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hier sind so Fusselteile drin Glückwunsch an Zero Nightmare wir haben es leider nicht ganz in dieses Treppchen geschafft danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten mal